guten morgen gibt es so ein ganz kleines check update hat sich so ergeben ja wie soll ich es nennen die hf verrückten können das denke ich mal verstehen ich habe mir ein jaisu fd 891 gegönnt für portable und dadurch konnte ich meine alte alinko dx s8 als checkgerät nehmen ja dann hier seht ihr dann auch schon quasi die alinko die jetzt hier neu eingezogen ist und ja hier mein cb von gerät die superstar 3900 ja meine hand von geräte hat sich soweit eigentlich nichts verändert mein material ja sagt ja hat sich soweit nichts verändert ja also heute wie ihr gesehen habt nur ganz kurz das video dann wünsche ich euch auch schon mal ein schönes wochenende wenn ihr möchtet kann ich euch gerne auch die jaisu vorstellen dass dann im separaten video die tage macht's gut euer guardian die o1 ass tschü 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 tschü